hallo ihr lieben herzlich willkommen zu unserem neuen video heute ist ja ein sehr cooler tag heute ist nämlich montag und zwar habe ich mir vorgenommen ein po workout mir rauszusuchen ich habe mir das muss ich mir jetzt eben kurz mal öffnen auf pinterest ein paar bilder abgescreenshottet und mich für eins entschieden ich blende jetzt den screenshot ein aber ich denke mal bzw der ist finde also das war irgendwie eine werbung für eine seite oder so wobei pinterest anstand die der link wurde gesperrt wegen verdacht dass es sich um spam handelt also keine ahnung aber das workout sieht ein bisschen quälerisch aus vielversprechend und wir probieren es einfach ich habe auf jeden fall Bock drauf ihr dürft übrigens gerne mitmachen deswegen habe ich das bilder ja auch eingeblendet was ich für übungen so mache macht euch auch ein screenshot oder gebt einfach bei pinterest pro workout ein und sucht euch dementsprechend das aber wenn mein mein konzept meine übung hier irgendwie vielversprechend ist oder wenn das erfolg hat dann könnt ihr natürlich auch gerne das hier machen ich will damit für nichts oder niemanden werben es ist einfach so dass ich jetzt mir ein workout ausgesucht habe fertig ich habe die vorhin in der küche schon mal probiert und habe dabei ultra koordinationsschwierigkeiten also ich meine die übung hier ist oben so also ich mache so so okay und wie viel muss ich da machen 20 stück falls ich einen fehler mache ich habe ja nur zwei bilder ein vorher nachher bilder also ich sterbe meine oberschenkel also erstens erstens ist das möglichst anstrengend für die oberschenkel zweitens ist es gut dass ich hier so eine matte drunter habe und drittens habt ihr schon bei 14 oder so gesehen ich habe voll gefailt pro bein 15 mal so also in position so also philip hatte große koordinationsprobleme bei mir ging es so bei der nächsten übung habe ich gesehen ist die frau in der liegestütz pose mit den armen und ja ich zeige euch mal die ausgangsposition nur gucken also sie ist meiner meinung nach die ganze so in der liegestütz position und da macht die so also ich weiß nicht das könnte hinkommen wahrscheinlich ist es auch dadurch ein bisschen anstrengend für die arme und es sind sechs wiederholungen nein sechs sets mit zehn wiederholungen pro bein zu deutsch bei dem einen bein zehn bei dem anderen bein zehn und das ganze sechs mal oha das ist ja hier na gut musik 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 ok hälfte geschafft und es ist wirklich am anstrengendsten für die arme durch diese seltsame liegestütz pose da keine ahnung was für einen zweck hat also es ist hier training was ist denn das hier trizeps keine ahnung was wollte ich noch sagen ach so aber ich merke es auch im po also es hat schon denke ich mal einen effekt für die beine an sich geht es tatsächlich aber es ist voll vor allem so po und aber genau jetzt das ganze noch einmal das ist meine treppenstufe und die macht vier sets mit zehn wiederholungen also sowas hier auf der seite ok ich krieg das hin sieht erstmal unter einfach aus ist glaube ich auch mal einfach unter einfach so jetzt machen wir die zweite bildung von unten nein nicht von unten die zweite bildung in der letzten zeile und zwar ähm also und zwar ist die ausgangsposition eigentlich so und dann macht man irgendwie so und so oder nach oben ich rutsche halt ziemlich weg also nochmal so und dann so ok das ist bestimmt richtig behindert auf ich mache jetzt noch die übung rechts unten als nächstes und äh äh das ist gerade voll von meinem gehirn moment also ich muss ja auf die eine seite äh mache ich so oder so weiß ich nicht wie macht man denn die ist nur so auf ein bisschen auf dem arm so halb das ist ja auch nochmal anstrengend für den arm also ich glaube ich mache es so da muss ich das bein so ausstrecken die hat so ein gewicht um ihren um ihre wade habe ich nicht wahrscheinlich ich bin wahrscheinlich so anstrengend genug vor allem sie noch die die du So, also gegen Ende wurde es sehr anstrengend, aber vor allem auch hier, aber auch im Po. Mein Fitnessguru meint, dass bei der Übung, ich zeige euch das jetzt mal, dass man halt nicht so macht, sondern dass man so macht und dann so macht, was ja todesanstrengend ist. Wir sehen es mal als Variation bzw. Schwierigkeitssteigerung und deswegen finde ich das jetzt auch, machen wir für euch mit. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß, ihr habt Inspiration bekommen, ihr macht fleißig mit. Dann bis zum nächsten Video. Was war das? 1. 3. 5.